Ja, hallo meine Lieben, wir sind jetzt in Hoffenheim in der Nähe der SAP Arena. Das ist Michael, der Oberteufel Piccolo, kennt ihr vielleicht aus den Hofaufnahmen. Und wir sind gut durchgekommen bisher, läuft super. Also Michael, vielen Dank fürs Fahren. Kein Problem. Ich fühle mich hervorragend bei dir aufgehoben. Es macht viel Spaß hier. Und ja, wir werden gleich in Lauingen ankommen und frühzeitig, wie meine Oma immer gesagt hatte, zehn Minuten vor der Zeit, die hat immer gesagt, das ist Soldatenpünktlichkeit. Finde ich blöd, ist unsere Pünktlichkeit. Aber wir sind noch zwei Stunden vorher da, von daher haben wir eine andere Pünktlichkeit. Viel zu früh. Genau, wir haben auf jeden Fall Zeit und können das ganz entspannt angehen lassen. Und so machen wir weiter. Wir sehen uns auf der FarmCon, sofern ihr da seid, ansonsten im nächsten Video. Bis dahin, viel Spaß. Tschüss.